Ja, und somit herzlich willkommen zurück zu Ready or Not. Weiter geht's mit dem nächsten Callout. Whole Health House, Tal der Puppen. Das Team für Cyberkriminalität hat das LSBD, das verteilt Zentrum eines illegalen Kinderpornografie-Rings stillgelegt, der seinen Sitz in Los Buenos hatte. Nun hat es auch den Namen ausgefindet gemacht, der von all dem profitiert hat. Das World Team des LSBD sucht mit einem Durchsuchungsbefehl sein Zuhause auf. Das ist also im Zusammenhang mit dem... Wie hieß es nochmals? Dieser Agency, die wir stillgelegt haben. Ja, dann mal schauen. Guys, hier ist was going on. This ist ein large roundup of a potential heavy hitter and the men working for him. This isn't going to be some fucking stroll in the park, boys. We've got an arrest warrant for Amos Vole and a search warrant as well for evidence of the production of pornographic material involving minors. The adult film guy? The very same. Our cybercrime team has traced numerous wires from an offshore account that we're being sent right to Brixley Talent Time every Sunday for the last six years. The shell company that holds this account was established in Bucharest, Romania, which happens to be where Amos' wife is from. She slipped up, and we tied a transaction from the shell company to Amos' personal account. That's about as much as we needed to get the all clear. Uh, Boss, what's the risk level here? Well, these are definitely going to be the same guys that we saw when we went for Brixley. Lots of ex-military, probably ex-cop. They're well-armed, and if the talks the dicks had with them or anything to go by, these guys are also well-paid. Threat level's going to be high. What's the entry? Single point of entry on the road that leads to his home, 1962 Irwin Drive. We're up in the hills of Los Clemente. That means a lot of rich people, a bunch of movie stars and directors. Keep an eye on what's past your target if you have to get in a gunfight, because those guys would love a chance to sue the department if they caught some property damage. I should mention, it gets even more complicated. We've got surveillance on the target location now. They're reporting it looks like there might be a birthday party starting for Vol's teenage daughter. I know, I know. Ordinarily, we'd never choose to serve this warrant right now with that going on, but time is of the essence. Somehow, the bank's also tipped off police in Romania, who, despite our requests to wait, are set to seize his assets there as soon as the business day starts there. Once that happens, Vol is going to be tipped off and any evidence that the house will be turned into a big pile of ashes. We're going to run into the same problem as the last time, where the DA was parked right out the front of the house? No, this place has some tight security. They'll know we're in there the minute you guys step onto Irwin Drive. Won't be any vehicles blocking the way, fucking up our shit. Alright, let's roll. We're going to be running on our regular channels. Main is TAC 1, Backup is TAC 4 Northern. Let's go! Okay, das hört sich halbwegs gut an. Also wir haben uns voll verhaften und einen Durchsuchungsbefehl nach beweisen haben wir auch. Es könnte sein, dass dort ein paar Teenager sind, weil er dann eine Party steigen soll. Seine Tochter. Daher ist vielleicht auch seine Tochter dabei. Und wir haben es wieder mit Ex-Militarys zu tun, also sprich gut ausgebildeten Leuten, die gut bewaffnet sind und Bedrohungslage dürfte hoch sein. Und wir haben einen Zugang von vorne. Bringt sie auch noch im Chaos, retten sie alle Zivilisten, Amos Fall verhaften, volles Büro, Computer lokalisieren. Amos Fall. Ein ausgezeichneter Regisseur und Schauspieler von erwachsenen Filmen ist unser Hauptverdächtiger. Er wird nicht so einfach gehen. Bolden Security. Der Sicherheitsdienst von Amos Fall. Sie erledigen Bootgänge für ihn und bieten ein hohes Mass an Schutz. Das Team besteht aus einer Reihe von Ex-Cops und ehemaligen Militärangehörigen. Sie blissen Daniela Fall, Amos-Ehefrau, seit zehn Jahren. Daniela hat ein Green Card für die Vereinigten Staaten, da sie kurz nach dem Kennenlernen ihres jetzigen Mannes aus Rumänien eingewandert ist. Janie Fall, Amos einzige Tochter, erscheint, dass zwischen Janie und ihrem Vater keine Verbindung besteht. Es ist unwahrscheinlich, dass sie von seinen Aktivitäten weiss. Exklusiv Details, Amos Fall und Daniela von X-Rated Takeover. Bild aus der Klatschpresse, ein Artikel in der Boulevardzeitung, der Amos und Daniela voll zum Thema hat. Social-Media-Beitrag, ein Beitrag von Jenny Fall auf ihrem öffentlichen Social-Media-Profil, der zeigt, dass eine Party stattfindet. Definition of misunderstood. Vegan for the seventh birthday in a row. Still get an all-meat-birthday-Barbecue. I didn't ask for with people I don't know and gifts I don't want. Hört sich gut an. Audio gibt's keine. Da würde ich sagen, röste ich mal wieder mein Team aus und dann sehen wir uns gleich beim Einsatzort. Bis gleich. Ja, und da sind wir nun vor dem Eingang. Ich habe versucht, ziemlich auf Stealth zu gehen. Also alle haben eigentlich Waffen mit mit einem Schalldämpfer. Ausser er hier. Er hat eine Beanbag-Shop-Gang. Er will sonst nichts haben, was nicht tödlich ist. Ausser einen Taser und Pepper-Spray. Aber das ist ja eher schwierig bei weiten Auseinandersetzungen. Auch Zweitwaffen sind alle auf Stealth. Ich denke, dass es vielleicht eine gute Möglichkeit ist, leise einzudringen in das riesige Gebäude. Haben wir eigentlich einen Plan? Ja, haben wir Erdgeschoss, zweiter, dritter Stock und Keller. Holy shit. Das wird ja lustig. Whole Area, wir sind jetzt hier. Glaube ich. Also second floor leads to front Outrins. Da müssen wir kurz gleich schauen. Genau, auf jeden Fall eben leise würde ich das versuchen zu machen. Mit meinem habe ich auch die Outfits geändert. Also das ist glaube ich das blaue Team. Ganz kurz. Ne, das rote Team. Okay, das rote Team ist hell angezogen, das blaue Dunkel. Ja, ich würde sagen mal schauen. Welcome to Jenny's 18th birthday party. Please check in with security. Okay, man hört schon jemanden. Wollte ich nicht. Okay, sorry, es ruckelt gerade ziemlich. Ich muss gleich kurz ein bisschen die Grafik-Einstellung ändern, weil hier ruckelt ich will es leider sehen. Okay, jetzt wird es spannend. Fuck, immer falsche Taste. Genau, das wollte ich verhindern, dass hier Leute rein stürmen. Ich habe diesmal auch ein Schild dabei. Nein. okay Das Problem ist einfach, draussen könnte jemand von unten kommen. Du wirst sonst sterben, Junge. Es ist alles sehr offen, ein bisschen ein Problem. Ich muss mal die Waffe sichern. Wer hat das Schild? Ich bin doch hier. Nein, nicht Chris Reinen! Leute! Steck dich! Wie soll ich mit der Chem-Light? Ich drück ihm die falsche Taste! Geht dann rein da! Auf den Balkon gehen wir glaube ich nicht unbedingt. Ich glaube das ist zu offen. Haben wir viele Türstopper dabei? Ich glaube nicht. Okay Raum ist klar. Bleu. Ich würde gerne Bleu dahin schicken. Ich müsste dahin gehen! Ich habe keine Muni mehr! Da war aber auf jeden Fall noch ein zweiter. Die verteidigen hier einfach alles, die Leute. Wir haben hier links einen Scheissraum, der offen ist. Ich habe schon ein Magazin verschossen. Dann öffnen wir eine Blendgranate rein. Alter! Gott ist in der schwierigen Umático mögliche! Sieh ich auf! Hände auf! Hände auf! Hände auf! Hände auf deine Haare! Hände auf! Ich bin gleich! Tja mal här! Das rechte sieht noch nice aus. Haben wir hier was zu sichern? Dechte Aufnahmen melden. Ähm. Okay. Nicht zu weit nach draussen gehen. Wer ist das? Sonst irgendjemand? Ja. Und wo kommt der denn jetzt? Das meinte ich eben. Die können uns einfach umlaufen. Und das ist das Problem. Wegen der Treppe hier. Party this way. Die Tür ist aber zu. Ah fuck. Aktivwaffe wird so schnell leer sein. Ich habe movement on the left. Ich habe mich mit dem. Ich gehe. Opening on the right. Opening on the left. Blue team. Dynamic movement. Die Tür ist auf den Boden. Police, hands up. Get on the ground. Put your fucking hands up. Need film ASAP. Reporting. Copy. Die EFTs and trailers are standing by. Get on the ground now. Get down on your knees. Put your hands up. Get down on your knees. Ich glaube die Keuke getroffen sein. Fuck. Bang rein. Bang nicht rein. Gold. Irgendjemand. Irgendjemand. Draw a flashbang. Flash. I didn't see it. Get down on your knees. Get down on your goddamn knees. Cup them. I got cut. Strain them. Hands up. Get down on your knees. Hands on your head. Move. Hands up. I'll pump your head. Get down. I want to see hands. Need you to fly, don't wait. Begert so aus, als ob denen... I do my goddamn job. 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 Tie them down. Tie them down. Tie them down. Yeah, I got cups. Als ob der einen Sprenggürtel an hätte, aber das wäre ein bisschen weird. Ne, das ist bloß Mut. Der läuft halbwegs gut. Talk to Entry-Team. Roger that. Trailer's incoming. Proceed with caution. Okay, okay. Der ist gefesselt eigentlich. Mal hinten sichern. Dass nicht doch nochmal jemand da hin, eh, von da kommt. Hier war alles safe, Leute. Das Einraum habt ihr vergessen. Aber der ist safe. Sieht mir aus wie ein Gästezimmer. Nicht sichtbar. All right, jetzt wird's langsam schwierig. My belt and Bugs. Take two posts. Weil wir hier offene Fenster haben. Was das Ganze schwierig machen könnte. Auch ein Downstairs. Keine Ahnung von wo. Wahrscheinlich von unten. Shit. Das Ding raus. Not a fucking chance. Hands up. Police, get down. Get down. Here's Nyx. Down on the ground. Move. Hands up now. Drop to your knees. Uh. Oh, shit. We no longer have control of the situation. Wir haben von draussen geschossen. Fuck. Officer down. Das ist schwierig. 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 Ich weiss auch nicht. Wenn man Gas nimmt, ist es wahrscheinlich auch unauthorized use of force. Weil Gas würde wahrscheinlich schon besser passen in diesen grossen Räumen, damit das Gas hochströmt und in die Räume rausgeht. Aber eben, das ist halt unauthorized use of force, glaube ich. Und das ist schwierig. Okay, alle sind ängstlich. Aber ich glaube, das sollte noch gehen. Mal schauen. Ich würde sagen, das war es erstmal wieder für diese Folge von Ready or Not. Lief nicht so gut. Ich habe zum Glück mehrere Leben. Nicht so wie die anderen Officers. Wir müssen sicherlich nochmal unsere Strategie ein bisschen überdenken bei diesem Auftrag. Und beim nächsten Mal schauen, wie es dann läuft. Ja. Eigentlich, es lief ja halbwegs ganz okay, bis eben dieser grosse Raum kam. Geradeaus rechts, links, von unten, von aussen, überall. Also, ja, schwierig, das alles abzudecken. Und vielleicht müssen wir doch die bessere Schutzausrüstung mitnehmen. Aber dann können wir halt weniger Ausrüstung mitnehmen. Ja, schwierig. Ich weiß nicht. Mal schauen. Ich überlege mir da was. Aber auf jeden Fall, vielen Dank fürs Zuschauen hier bei Ready or Not. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. So, are you ready? So, are you ready?